Der Vortrag, den ich auf Ihren Wunsch zu halten habe, wird Sie nach verschiedenen Richtungen notwendig enttäuschen. In einer Rede über Politik als Beruf werden Sie unwillkürlich eine Stellungnahme zu aktuellen Tagesfragen erwarten. Das wird aber nur in einer rein formalen Art am Schluss geschehen, anlässlich bestimmter Fragen der Bedeutung des politischen Tuns innerhalb der gesamten Lebensführung. Ganz ausgeschaltet werden müssen hingegen in dem heutigen Vortrag alle Fragen, die sich darauf beziehen, welche Politik man treiben, welche Inhalte, heißt das, man seinem politischen Tun geben soll. Denn das hat mit der allgemeinen Frage, was Politik als Beruf ist und bedeuten kann, nichts zu tun. Damit zur Sache. Was verstehen wir unter Politik? Der Begriff ist außerordentlich weit und umfasst jede Art selbstständig leitender Tätigkeit. Man spricht von der Devisenpolitik der Banken, von der Diskontpolitik der Reichsbank, von der Politik einer Gewerkschaft in einem Streik, man kann sprechen von der Schulpolitik einer Stadt- oder Dorfgemeinde, von der Politik eines Vereinsvorstandes bei dessen Leitung, ja schließlich von der Politik einer klugen Frau, die ihren Mann zu lenken trachtet. Ein derartig weiter Begriff liegt unseren Betrachtungen vom heutigen Abend natürlich nicht zugrunde. Wir wollen heute darunter nur verstehen, die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes, heute also eines Staates. Was ist nun aber vom Standpunkt der soziologischen Betrachtung aus ein politischer Verband? Was ist ein Staat? Auch er lässt sich soziologisch nicht definieren aus dem Inhalt dessen, was er tut. Es gibt fast keine Aufgabe, die nicht ein politischer Verband hier und da in die Hand genommen hätte. Andererseits auch keine, von der man sagen könnte, dass sie jederzeit, vollends, dass sie immer ausschließlich denjenigen verbänden, die man als politische, heute als Staaten bezeichnet, oder welche geschichtlich die Vorfahren des modernen Staates waren, eigen gewesen wäre. Man kann vielmehr den modernen Staat soziologisch letztlich nur definieren aus einem spezifischen Mittel, das ihm wie jedem politischen Verband eignet, der physischen Gewaltsamkeit. Jeder Staat wird auf Gewalt gegründet, sagte seinerzeit Trotzki in Brest-Litovsk. Das ist in der Tat richtig. Wenn nur soziale Gebilde beständen, denen die Gewaltsamkeit als Mittel unbekannt wäre, dann würde der Begriff Staat fortgefallen sein. Dann wäre eingetreten, was man in diesem besonderen Sinne des Wortes als Anarchie bezeichnen würde. Gewaltsamkeit ist natürlich nicht etwa das normale oder einzige Mittel des Staates. Davon ist keine Rede. Wohl aber das ihm Spezifische. Gerade heute ist die Beziehung des Staates zur Gewaltsamkeit besonders intim. In der Vergangenheit haben die verschiedensten Verbände, von der Sippe angefangen, physische Gewaltsamkeit als ganz normales Mittel gekannt. Heute dagegen werden wir sagen müssen, Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes dies, das Gebiet gehört zum Merkmal, das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich mit Erfolg beansprucht. Denn das der Gegenwart Spezifische ist, dass man allen anderen Verbänden oder Einzelpersonen das Recht zur physischen Gewaltsamkeit nur so weit zuschreibt, als der Staat sie von ihrer Seite zulässt. Er gilt als alleinige Quelle des Rechts auf Gewaltsamkeit. Das entspricht im Wesentlichen ja auch dem Sprachgebrauch. Wenn man von einer Frage sagt, sie sei eine politische Frage, von einem Minister oder Beamten, er sei ein politischer Beamter, von einem Entschluss, er sei politisch bedingt, so ist damit immer gemeint, Machtverteilungs-, Machterhaltungs- oder Machtverschiebungsinteressen sind maßgebend für die Antwort auf jene Frage oder bedingen diesen Entschluss oder bestimmen die Tätigkeitssphäre des betreffenden Beamten. Wer Politik treibt, erstrebt Macht. Macht entweder als Mittel im Dienst anderer Ziele, idealer oder egoistischer, oder Macht um ihrer Selbstwillen, um das Prestigegefühl, das sie gibt, zu genießen. Der Staat ist, ebenso wie die ihm geschichtlich vorausgehenden politischen Verbände, ein auf das Mittel der legitimen, das heißt als legitim angesehenen Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis, von Menschen über Menschen. Damit er bestehe, müssen sich also die beherrschten Menschen der beanspruchten Autorität, der jeweils Herrschenden, fügen. Wann und warum tun sie das? Auf welche inneren Rechtfertigungsgründe und auf welche äußeren Mittel stützt sich diese Herrschaft? Es gibt der inneren Rechtfertigungen, also der Legitimitätsgründe einer Herrschaft, um mit ihnen zu beginnen, im Prinzip drei. Einmal der Autorität des ewig Gestrigen, der durch unvordenkliche Geltung und gewohnheitsmäßige Einstellung auf ihre Inhaltung geheiligten Sitte, traditionale Herrschaft, wie sie der Patriarch oder der Patrimonialfürst alten Schlages übten. Dann die Autorität der außeralltäglichen persönlichen Gnadengabe, Charisma, die ganz persönliche Hingabe und das persönliche Vertrauen zu Offenbarungen, Heldentum oder anderen Führereigenschaften eines Einzelnen. Charismatische Herrschaft, wie sie der Prophet oder auf dem Gebiet des Politischen der gekorene Kriegsfürst oder der plebiszitäre Herrscher, der große Demagoge und politische Parteiführer ausüben. Endlich Herrschaft, Kraft, Legalität, Kraft des Glaubens an die Geltung legaler Satzung und der durch rational geschaffenen Regeln begründeten sachlichen Kompetenz, also der Einstellung auf Gehorsam in der Erfüllung satzungsmäßiger Pflichten. Eine Herrschaft, wie sie der moderne Staatsdiener und alle jene Träger von Macht ausüben, die ihm in dieser Hinsicht ähneln. Es versteht sich, dass in der Realität höchst massive Motive der Furcht und der Hoffnung, Furcht vor der Rache magischer Mächte oder des Machthabers, Hoffnung auf jenseitigen oder diesseitigen Lohn und daneben Interessen verschiedenster Art die Fügsamkeit bedingen. Davon sogleich. Aber wenn man nach den Legitimitätsgründen dieser Fügsamkeit fragt, dann allerdings stößt man auf diese drei reinen Typen. Und diese Legitimitätsvorstellungen und ihre innere Begründung sind für die Struktur der Herrschaft von sehr erheblicher Bedeutung. Die reinen Typen finden sich freilich in der Wirklichkeit selten. Aber es kann heute auf die höchst verwickelten Abwandlungen, Übergänge und Kombinationen dieser reinen Typen nicht eingegangen werden. Das gehört zu den Problemen der allgemeinen Staatslehre. Uns interessiert hier vor allem der zweite von jenen Typen. Die Herrschaft, Kraft, Hingabe der Gehorchenden an das rein persönliche Charisma des Führers. Denn hier wurzelt der Gedanke des Berufs in seiner höchsten Ausprägung. Die Hingabe an das Charisma des Propheten oder des Führers im Kriege oder des ganz großen Demagogen in der Ekklesia oder im Parlament bedeutet ja, dass er persönlich als der innerlich berufene Leiter der Menschen gilt, dass diese sich ihm nicht Kraft, Sitte oder Satzung fügen, sondern weil sie an ihn glauben. Er selbst zwar lebt seiner Sache, trachtet nach seinem Werk, wenn er mehr ist als ein enger und eitler Emporkömmling des Augenblicks. Seiner Person und ihren Qualitäten aber gilt die Hingabe seines Anhanges, der Jüngerschaft, der Gefolgschaft, der ganz persönlichen Parteigängerschaft. In den beiden in der Vergangenheit wichtigsten Figuren, des Magiers und Propheten einerseits, des gekorenen Kriegsfürsten, Bandenführers, Kondottiere andererseits, ist das Führertum in allen Gebieten und historischen Epochen aufgetreten. Dem Oktzident eigentümlich ist aber, was uns näher angeht, das politische Führertum in der Gestalt zuerst des freien Demagogen, der auf dem Boden des nur dem Abendland, vor allem der mittelländischen Kultur, eigenen Stadtstaates und dann des parlamentarischen Parteiführers, der auf dem Boden des ebenfalls nur im Abendland bodenständigen Verfassungsstaates gewachsen ist. Diese Politiker Kraftberufes, in des Wortes eigentlichster Bedeutung, sind nun aber natürlich nirgends die allein maßgebenden Figuren im Getriebe des politischen Machtkampfes. Höchst entscheidend ist vielmehr die Art der Hilfsmittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Wie fangen die politisch herrschenden Gewalten es an, sich in ihrer Herrschaft zu behaupten? Die Frage gilt für jede Art von Herrschaft, also auch für die politische Herrschaft in allen ihren Formen, für die traditionale ebenso wie für die legale und die charismatische. Jeder Herrschaftsbetrieb, welcher kontinuierliche Verwaltung erheischt, braucht einerseits die Einstellung menschlichen Handelns auf den Gehorsam gegenüber jenen Herren, welche Träger der legitimen Gewalt zu sein beanspruchen, und andererseits vermittelt dieses Gehorsams die Verfügung über diejenigen Sachgüter, welche gegebenenfalls zur Durchführung der physischen Gewaltanwendung erforderlich sind, den personalen Verwaltungsstab und die sachlichen Verwaltungsmittel. Der Verwaltungsstab, der den politischen Herrschaftsbetrieb wie jeden anderen Betrieb in seiner äußeren Erscheinung darstellt, ist nun natürlich nicht nur durch jene Legitimitätsvorstellung, von der eben die Rede war, an den Gehorsam gegenüber dem Gewalthaber gekettet, sondern durch zwei Mittel, welche an das persönliche Interesse appellieren, materielles Entgelt und soziale Ehre, Lehen der Vasallen, Fründen der Patrimonialbeamten, Gehalt der modernen Staatsdiener, Ritterehre, ständische Privilegien, Beamtenehre, bilden den Lohn, und die Angst, sie zu verlieren, die letzte entscheidende Grundlage für die Solidarität des Verwaltungsstabes mit dem Gewalthaber. Auch für die charismatische Führerherrschaft gilt das. Kriegsehre und Beute für die kriegerische, die Spoils, Ausbeutung der Beherrschten durch Ämtermonopol, politisch bedingte Profite und Eitelkeitsprämien für die demagogische Gefolgschaft. Zur Aufrechterhaltung jeder gewaltsamen Herrschaft bedarf es gewisser materieller äußerer Sachgüter, ganz wie bei einem wirtschaftlichen Betrieb. Alle Staatsordnungen lassen sich nun danach gliedern, ob sie auf dem Prinzip beruhen, dass jener Stab von Menschen, Beamte oder wer sie sonst sein mögen, auf deren Gehorsam der Gewalthaber muss rechnen können, im eigenen Besitz der Verwaltungsmittel mögen sie bestehen in Geld, Gebäuden, Kriegsmaterial, Wagenparks, Pferden oder was sonst immer sich befinden, oder ob der Verwaltungsstab von den Verwaltungsmitteln getrennt ist, im gleichen Sinn wie heute der Angestellte und Proletarier innerhalb des kapitalistischen Betriebs getrennt ist von den sachlichen Produktionsmitteln. Ob also der Gewalthaber die Verwaltung in eigener, von ihm organisierter Regie hat und durch persönliche Diener oder angestellte Beamte oder persönliche Günstlinge und Vertraute verwalten lässt, welche nicht Eigentümer, Besitzer zu eigenem Recht der sachlichen Betriebsmittel sind, sondern vom Herrn darin dirigiert werden, oder ob das Gegenteil der Fall ist. Der Unterschied geht durch alle Verwaltungsorganisationen der Vergangenheit hindurch. Einen politischen Verband, bei dem die sachlichen Verwaltungsmittel ganz oder teilweise in der Eigenmacht des abhängigen Verwaltungsstabes sich befinden, wollen wir einen ständisch gegliederten Verband nennen. Der Vasall zum Beispiel im Lehnsverband bestritt die Verwaltung und Rechtspflege des ihm verlehnten Bezirks aus eigener Tasche, äquipierte und verproviantierte sich selbst für den Krieg, seine Untervasallen taten das Gleiche. Das hatte natürlich Konsequenzen für die Machtstellung des Herrn, die nur auf dem persönlichen Treubund und darauf ruhte, dass der Lehnsbesitz und die soziale Ehre des Vasallen ihre Legitimität vom Herrn ableiteten. Überall aber, bis in die frühsten politischen Bildungen zurück, finden wir auch die eigene Regie des Herrn, durch persönlich von ihm Abhängige, Sklaven, Hausbeamte, Dienstleute, persönliche Günstlinge und aus seinen Vorratskammern mit Natural- und Gelddeputaten entlohnte Pfründer, sucht er die Verwaltung in eigene Hand zu bekommen, die Mittel aus eigener Tasche, aus Erträgnissen seines Patrimoniums zu bestreiten. Ein rein persönlich von ihm Abhängiges, weil aus seinen Speichern, Magazinen, Rüstkammern, Äquipiertes und Verproviantiertes her zu schaffen. Während im ständischen Verband der Herr mithilfe einer eigenständigen Aristokratie herrscht, also mit ihr die Herrschaft teilt, schützt er sich hier entweder auf Haushörige oder auf Plebeer, besitzlose, der eigenen sozialen Ehre entbehrende Schichten, die materiell gänzlich an ihn gekettet sind und keinerlei konkurrierende eigene Macht unter den Füßen haben. Alle Formen patriarchaler und patrimonialer Herrschaft, sultanistischer Despotie und bürokratischer Staatsordnung gehören zu diesem Typus. Insbesondere die bürokratische Staatsordnung, also die in ihrer rationalsten Ausbildung auch und gerade dem modernen Staat charakteristische. Überall kommt die Entwicklung des modernen Staates dadurch in Fluss, dass von Seiten des Fürsten die Enteignung der neben ihm stehenden selbstständigen, privaten Träger von Verwaltungsmacht, jener Eigenbesitzer von Verwaltungs- und Kriegsbetriebsmitteln, Finanzbetriebsmitteln und politisch verwendbaren Gütern aller Art in die Wege geleitet wird. Der ganze Prozess ist eine vollständige Parallele zu der Entwicklung des kapitalistischen Betriebs durch allmähliche Enteignung der selbstständigen Produzenten. Am Ende sehen wir, dass in dem modernen Staat tatsächlich in einer einzigen Spitze die Verfügung über die gesamten politischen Betriebsmittel zusammenläuft. Kein einziger Beamter mehr persönlicher Eigentümer des Geldes ist, das er verausgabt, oder der Gebäude, Vorräte, Werkzeuge, Kriegsmaschinen, über die er verfügt. Vollständig durchgeführt ist also im heutigen Staat, das ist im Begriff wesentlich, die Trennung des Verwaltungsstabes, der Verwaltungsbeamten und Verwaltungsarbeiter von den sachlichen Betriebsmitteln. Hier setzt nun die allermodernste Entwicklung ein und versucht vor unseren Augen die Expropriation dieses Expropriateurs der politischen Mittel und damit der politischen Macht in die Wege zu leiten. Das hat die Revolution wenigstens insofern geleistet, als an die Stelle der gesatzten Obrigkeiten Führer getreten sind, welche durch Usurpation oder Wahl sich in die Verfügungsgewalt über den politischen Menschenstab und Sachgüterapparat gesetzt haben und ihre Legitimität einerlei mit wieviel Recht vom Willen der Beherrschten ableiten. Eine andere Frage ist, ob sie aufgrund dieses wenigstens scheinbaren Erfolges mit Recht die Hoffnung hegen kann, auch die Expropriation innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsbetriebe durchzuführen, deren Leitung sich trotz weitgehender Analogien im Innersten nach ganz anderen Gesetzen richtet als die politische Verwaltung. Dazu nehmen wir heute Nichtstellung. Ich stelle für unsere Betrachtung nur das rein Begriffliche fest, dass der moderne Staat ein anstaltsmäßiger Herrschaftsverband ist, der innerhalb eines Gebietes die legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herrschaft zu monopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die sachlichen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt, die sämtlichen eigenberechtigten ständischen Funktionäre aber, die früher zu Eigenrecht darüber verfügten, enteignet und sich selbst in seiner höchsten Spitze an deren Stelle gesetzt hat. Im Verlaufe dieses politischen Enteignungsprozesses nun, der in allen Ländern der Erde mit wechselndem Erfolge spielte, sind und zwar zuerst im Dienste des Fürsten die ersten Kategorien von Berufspolitikern in einem zweiten Sinn aufgetreten, von Leuten, die nicht selbst Herren sein wollten, wie die charismatischen Führer, sondern in den Dienst von politischen Herren traten. Sie stellten sich in diesem Kampfe den Fürsten zur Verfügung und machten aus der Besorgung von deren Politik einen materiellen Lebenserwerb einerseits, einen ideellen Lebensinhalt andererseits. Wieder nur im Oktzident finden wir diese Art von Berufspolitikern auch im Dienst anderer Mächte als nur der Fürsten. In der Vergangenheit waren sie deren wichtigstes Macht- und politisches Expropriationsinstrument. Machen wir uns, ehe wir näher auf sie eingehen, den Sachverhalt, den die Existenz solcher Berufspolitiker darstellt, nach allen Seiten unzweideutig klar. Man kann Politik betreiben, also die Machtverteilung zwischen und innerhalb politischer Gebilde zu beeinflussen trachten, sowohl als Gelegenheitspolitiker wie als nebenberuflicher oder hauptberuflicher Politiker, genau wie beim ökonomischen Erwerb. Gelegenheitspolitiker sind wir alle, wenn wir unseren Wahlzettel abgeben oder eine ähnliche Willensäußerung, etwa Beifall oder Protest in einer politischen Versammlung vollziehen, eine politische Rede halten und so weiter. Und bei vielen Menschen beschränkt sich ihre ganze Beziehung zur Politik darauf. Nebenberufliche Politiker sind heute zum Beispiel alle jene Vertrauensmänner und Vorstände von parteipolitischen Vereinen, welche diese Tätigkeit, wie es durchaus die Regel ist, nur im Bedarfsfalle ausüben und weder materiell noch ideell in erster Linie daraus ihr Leben machen. Ebenso jene Mitglieder von Staatsräten und ähnlichen Beratungskörperschaften, die nur auf Anfordern in Funktion treten. Ebenso aber auch ziemlich breite Schichten unserer Parlamentarier, die nur in Zeiten der Sessionpolitik betreiben. In der Vergangenheit finden wir solche Schichten namentlich unter den Ständen. Stände sollen uns heißen, die eigenberechtigten Besitzer militärischer oder für die Verwaltung wichtiger sachlicher Betriebsmittel oder persönlicher Herrengewalten. Ein großer Teil von ihnen war weit davon entfernt, sein Leben ganz oder auch nur vorzugsweise oder mehr als gelegentlich in den Dienst der Politik zu stellen. Sie nützten vielmehr ihre Herrenmacht im Interesse der Erzielung von Renten oder auch geradezu von Profit und wurden politisch im Dienst des politischen Verbandes nur tätig, wenn der Herr oder wenn ihre Standesgenossen dies besonders verlangten. Nicht anders auch ein Teil jener Hilfskräfte, die der Fürst im Kampf um die Schaffung eines politischen Eigenbetriebes, der nur ihm zur Verfügung stehen sollte, heranzog. Die Räte von Haus aus und noch weiter zurück, ein erheblicher Teil der in der Kuria und den anderen beratenden Körperschaften der Fürsten zusammengetretenen Ratgeber, hatten diesen Charakter. Aber mit diesen nur gelegentlichen oder nebenberuflichen Hilfskräften kam der Fürst natürlich nicht aus. Er musste sich einen Stab von ganz und ausschließlich seinem Dienst gewidmeten, also hauptberuflichen Hilfskräften zu schaffen suchen. Davon, woher er diese nahm, hing zum sehr wesentlichen Teil die Struktur des entstehenden dynastischen politischen Gebildes und nicht nur sie, sondern das ganze Gepräge der betreffenden Kultur ab. Erst recht in die gleiche Notwendigkeit versetzt waren diejenigen politischen Verbände, welche unter völliger Beseitigung oder weitgehender Beschränkung der Fürstenmacht sich als sogenannte freie Gemeinwesen politisch konstituierten. Frei nicht im Sinne der Freiheit von gewaltsamer Herrschaft, sondern im Sinne von Fehlen der Krafttradition legitimen, meist religiös geweihten Fürstengewalt als ausschließlicher Quelle aller Autorität. Sie haben geschichtlich ihre Heimstätte durchaus im Oktzident und ihr Keim war, die Stadt als politischer Verband, als welcher sie zuerst im mittelländischen Kulturkreis aufgetreten ist. Wie sahen in all diesen Fällen die hauptberuflichen Politiker aus? Es gibt zwei Arten, aus der Politik seinen Beruf zu machen. Entweder man lebt für die Politik oder aber von der Politik. Der Gegensatz ist keineswegs ein exklusiver. In aller Regel vielmehr tut man, mindestens ideell, meist aber auch materiell, beides. Wer für die Politik lebt, macht im innerlichen Sinne sein Leben daraus. Er genießt entweder den nackten Besitz der Macht, die er ausübt, oder er speist sein inneres Gleichgewicht und Selbstgefühl aus dem Bewusstsein, durch Dienst an einer Sache, seinem Leben einen Sinn zu verleihen. In diesem innerlichen Sinn lebt wohl jeder ernste Mensch, der für eine Sache lebt, auch von dieser Sache. Die Unterscheidung bezieht sich also auf eine viel massivere Seite des Sachverhaltes, auf die ökonomische. Von der Politik als Beruf lebt, wer danach strebt, daraus eine dauernde Einnahmequelle zu machen. Für die Politik der, bei dem dies nicht der Fall ist. Damit jemand in diesem ökonomischen Sinn für die Politik leben könne, müssen unter der Herrschaft der Privateigentumsordnung einige, wenn sie wollen, sehr triviale Voraussetzungen vorliegen. Er muss unter normalen Verhältnissen ökonomisch von den Einnahmen, welche die Politik ihm bringen kann, unabhängig sein. Das heißt ganz einfach, er muss vermögend oder in einer privaten Lebensstellung sein, welche ihm auskömmliche Einkünfte abwirft. So steht es wenigstens unter normalen Verhältnissen. Zwar die Gefolgschaft des Kriegsfürsten fragt ebenso wenig nach den Bedingungen normaler Wirtschaft, wie die Gefolgschaft des revolutionären Helden der Straße. Beide lieben von Beute, Raub, Konfiskationen, Kontributionen, Aufdrängung von wertlosen Zwangszahlungsmitteln. Was dem Wesen nach alles das Gleiche ist. Aber das sind notwendig außeralltägliche Erscheinungen. In der Alltagswirtschaft leistet nur eigenes Vermögen diesen Dienst. Aber damit allein nicht genug. Er muss überdies wirtschaftlich abkömmlich sein. Das heißt, seine Einkünfte dürfen nicht davon abhängen, dass er ständig persönlich seine Arbeitskraft und sein Denken voll oder doch weit überwiegend in den Dienst ihres Erwerbes stellt. Abkömmlich in diesem Sinn ist nun am unbedingtesten der Rentner. Derjenige also der vollkommen arbeitsloses Einkommen, sei es wie die Grundherren der Vergangenheit, die Großgrundbesitzer und die Standesherren der Gegenwart, aus Grundrenten, in der Antike und dem Mittelalter auch Sklaven und Hörigenrenten oder aus Wertpapier oder ähnlichen modernen Rentenquellen bezieht. Weder der Arbeiter noch, was sehr zu beachten ist, der Unternehmer, auch und gerade der moderne Großunternehmer, ist in diesem Sinn abkömmlich. Denn auch und gerade der Unternehmer, der Gewerbliche sehr viel mehr als bei dem Saisoncharakter der Landwirtschaft, der landwirtschaftliche Unternehmer, ist an seinen Betrieb gebunden und nicht abkömmlich. Es ist für ihn meist sehr schwer, sich auch nur zeitweilig vertreten zu lassen. Ebenso wenig ist dies zum Beispiel der Arzt. Je hervorragender und beschäftigter er ist, desto weniger. Leichter schon, aus rein betriebstechnischen Gründen, der Advokat, der deshalb auch als Berufspolitiker eine ungleich größere, oft eine geradezu beherrschende Rolle gespielt hat. Wir wollen diese Kasuistik nicht weiter verfolgen, sondern wir machen uns einige Konsequenzen klar. Die Leitung eines Staates oder einer Partei durch Leute, welche im ökonomischen Sinn des Wortes ausschließlich für die Politik und nicht von der Politik leben, bedeutet notwendig eine plutokratische Rekrutierung der politisch führenden Schichten. Damit ist freilich nicht auch das Umgekehrte gesagt, dass eine solche plutokratische Leitung auch zugleich bedeutete, dass die politisch herrschende Schicht nicht auch von der Politik zu leben trachtete, also ihre politische Herrschaft nicht auch für ihre privaten ökonomischen Interessen auszunutzen pflegte. Davon ist natürlich gar keine Rede. Es hat keine Schicht gegeben, die das nicht irgendwie getan hätte. Nur dies bedeutet es, dass die Berufspolitiker nicht unmittelbar für ihre politische Leistung Entgelt zu suchen genötigt sind, wie das jeder Mittellose schlechthin in Anspruch nehmen muss. Und andererseits bedeutet es nicht etwa, dass vermögenslose Politiker lediglich oder auch nur vornehmlich ihre privatwirtschaftliche Versorgung durch die Politik im Auge hätten, nicht oder doch nicht vornehmlich an die Sache dächten. Nichts wäre unrichtiger. Dem vermögenden Mann ist die Sorge um die ökonomische Sekurität seiner Existenz erfahrungsgemäß, bewusst oder unbewusst, ein Kardinalpunkt seiner ganzen Lebensorientierung. Der ganz rücksichts- und voraussetzungslose politische Idealismus findet sich, wenn nicht ausschließlich, so doch wenigstens gerade bei den Infolge ihrer Vermögenslosigkeit ganz außerhalb der an der Erhaltung der ökonomischen Ordnung einer bestimmten Gesellschaft interessierten Kreise stehenden Schichten. Das gilt zumal in außeralltäglichen, also revolutionären Epochen. Sondern nur dies bedeutet es, dass eine nicht-plutokratische Rekrutierung der politischen Interessenten, der Führerschaft und ihrer Gefolgschaft an die selbstverständliche Voraussetzung gebunden ist, dass diesen Interessenten aus dem Betrieb der Politik regelmäßige und verlässliche Einnahmen zufließen. Die Politik kann entweder ehrenamtlich und dann von, wie man zu sagen pflegt, unabhängigen, das heißt vermögenden Leuten, Rentnern vor allem, geführt werden. Oder aber ihre Führung wird vermögenslosen zugänglich gemacht und dann muss sie entgolten werden. Der von der Politik lebende Berufspolitiker kann sein reiner Pfründner oder besoldeter Beamter. Entweder bezieht er dann Einnahmen aus Gebühren und Sporteln für bestimmte Leistungen, Trinkgelder und Bestechungssummen sind nur eine regellose und formell illegale Abart dieser Kategorie von Einkünften, oder er bezieht ein festes Naturaliendeputat oder Geldgehalt oder beides nebeneinander. Er kann den Charakter eines Unternehmers annehmen, wie der Kondottiere oder der Amtspächter oder Amtskäufer der Vergangenheit, oder wie der amerikanische Boss, der seine Unkosten wie eine Kapitalanlage ansieht, die er durch Ausnutzung seines Einflusses Ertrag bringen lässt. Oder er kann einen festen Lohn beziehen, wie ein Redakteur oder Parteisekretär oder ein moderner Minister oder politischer Beamter. In der Vergangenheit waren Lehen, Bodenschenkungen, Fründungen aller Art mit Entwicklungen der Geldwirtschaft, aber besonders Sportelpfründen, das typische Entgelt von Fürsten, siegreichen Eroberern oder erfolgreichen Parteihäuptern für ihre Gefolgschaft. Heute sind es Ämter aller Art in Parteien, Zeitungen, Genossenschaften, Krankenkassen, Gemeinden und Staaten, welche von den Parteiführern für treue Dienste vergeben werden. Alle Parteikämpfe sind nicht nur Kämpfe um sachliche Ziele, sondern vor allem auch um Ämterpatronage. Alle Kämpfe zwischen partikularistischen und zentralistischen Bestrebungen in Deutschland drehen sich vor allem auch darum, welche Gewalten, ob die Berliner oder die Münchner, Karlsruher, Dresdner, die Ämterpatronage in der Hand haben. Zurücksetzungen in der Anteilnahme an den Ämtern werden von Parteien schwerer empfunden als zu Widerhandlungen gegen ihre sachlichen Ziele. Ein parteipolitischer Präfektenschub in Frankreich galt immer als eine größere Umwälzung und erregte mehr Lärm als eine Modifikation des Regierungsprogramms, welches fast rein phrasiologische Bedeutung hatte. Manche Parteien, so namentlich die in Amerika, sind seit dem Schwinden der alten Gegensätze über die Auslegung der Verfassung reine Stellenjägerparteien, welche ihr sachliches Programm je nach den Chancen des Stimmenfangs abändern. In Spanien wechselten bis in die letzten Jahre in Gestalt der von oben her fabrizierten Wahlen die beiden großen Parteien in konventionell feststehendem Turnus ab, um ihre Gefolgschaft in Ämtern zu versorgen. In den spanischen Kolonialgebieten handelt es sich sowohl bei den sogenannten Wahlen wie den sogenannten Revolutionen stets um die Staatskrippe, an der die Sieger gefüttert zu werden wünschen. In der Schweiz repartieren die Parteien im Wege des Proporzes die Ämter friedlich untereinander und manche unserer revolutionären Verfassungsentwürfe, so zum Beispiel der erste für Baden aufgestellte, wollte dies System auf die Ministerstellen ausdehnen und behandelte so den Staat und seine Ämter als reine Pfründner-Versorgungsanstalt. Vor allem die Zentrumspartei begeisterte sich dafür und machte in Baden die proportionale Verteilung der Ämter nach Konfessionen, also ohne Rücksicht auf die Leistung, sogar zu einem Programmpunkt. Mit steigender Zahl der Ämter infolge der allgemeinen Bürokratisierung und steigendem Begehr nach ihnen als einer Form spezifisch gesicherter Versorgung, steigt für alle Parteien diese Tendenz und werden sie für ihre Gefolgschaft immer mehr Mittel zum Zweck, derart versorgt zu werden. Dem steht nun aber gegenüber die Entwicklung des modernen Beamtentums zu einer spezialistisch durch langjährige Vorbildung fachgeschulten, hochqualifizierten geistigen Arbeiterschaft mit einer im Interesse der Integrität hochentwickelten ständischen Ehre, ohne welche die Gefahr furchtbarer Korruption und gemeinen Banausentums als Schicksal über uns schweben und auch die rein technische Leistung des Staatsapparates bedrohen würde, dessen Bedeutung für die Wirtschaft, zumal mit zunehmender Sozialisierung, stetig gestiegen ist und weiter steigen wird. Die Dilettantenverwaltung durch Beutepolitiker, welche in den Vereinigten Staaten Hunderttausende von Beamten bis zum Postboten hinunter, je nachdem Ausfall der Präsidentenwahl wechseln ließ und den lebenslänglichen Berufsbeamten nicht kannte, ist längst durch die Civil Service Reform durchlöchert. Rein technische, unabweisliche Bedürfnisse der Verwaltung bedingen diese Entwicklung. In Europa ist das arbeitsteilige Fachbeamtentum in einer Entwicklung von einem halben Jahrtausend allmählich entstanden. Die italienischen Städte und Signorien machten den Anfang. Von den Monarchien die normanischen Eroberer staaten. Bei den Finanzen der Fürsten geschah der entscheidende Schritt. Bei den Verwaltungsreformen des Kaisers Max Maximilian I. kann man sehen, wie schwer selbst unter dem Druck der äußersten Not- und Türkenherrschaft es den Beamten gelang, auf diesem Gebiet, welches ja den Dilettantismus eines Herrschers, der damals noch vor allem ein Ritter war, am wenigsten vertrug, den Fürsten zu deposedieren. Die Entwicklung der Kriegstechnik bedingte den Fachoffizier, die Verfeinerung des Rechtsganges den geschulten Juristen. Auf diesen drei Gebieten siegte das Fachbeamtentum in den entwickelteren Staaten endgültig im 16. Jahrhundert. Damit war gleichzeitig mit dem Aufstieg des Absolutismus des Fürsten gegenüber den Ständen die allmähliche Abdankung seiner Selbstherrschaft an die Fachbeamten, durch die ihm jener Sieg über die Stände erst ermöglicht wurde, eingeleitet. Gleichzeitig mit dem Aufstieg des fachgeschulten Beamtentums vollzog sich auch, wenn schon in weit unmerklicheren Übergängen, die Entwicklung der leitenden Politiker. Von jeher und in aller Welt hatte es, selbstverständlich, solche tatsächlich maßgeblichen Berater der Fürsten gegeben. Im Orient hat das Bedürfnis, den Sultan von der persönlichen Verantwortung für den Erfolg der Regierung möglichst zu entlasten, die typische Figur des Großvisiers geschaffen. Im Abendland wurde die Diplomatie vor allem unter dem Einfluss der in diplomatischen Fachkreisen mit leidenschaftlichem Eifer gelesenen venezianischen Gesandtschaftsberichte im Zeitalter Karls V., der Zeit Machiavellis, zuerst eine bewusste gepflegte Kunst, deren meist humanistisch gebildete Adepten sich untereinander als eine geschulte Schicht von Eingeweihten behandelten, ähnlich den humanistischen chinesischen Staatsmännern der letzten Teilstaatenzeit. Die Notwendigkeit einer formell einheitlichen Leitung der gesamten Politik, einschließlich der inneren, durch einen führenden Staatsmann, entstand endgültig und zwingend erst durch die konstitutionelle Entwicklung. Bis dahin hatte es zwar selbstverständlich solche Einzelpersönlichkeiten als Berater oder vielmehr der Sache nach Leiter der Fürsten immer wieder gegeben. Aber die Organisation der Behörden war zunächst, auch in den am weitesten vorgeschrittenen Staaten, andere Wege gegangen. Kollegiale höchste Verwaltungsbehörden waren entstanden. Der Theorie und in allmählich abnehmendem Maße der Tatsache nach, tagten sie unter dem Vorsitz des Fürsten persönlich, der die Entscheidung gab. Durch dieses kollegialische System, welches zu Gutachten, Gegengutachten und motivierten Voten der Mehrheit und Minderheit führte, und ferner dadurch, dass er neben den offiziellen, höchsten Behörden sich mit rein persönlichen Vertrauten dem Kabinett umgab, und durch diese seine Entscheidungen auf die Beschlüsse des Staatsrates oder wie die höchste Staatsbehörde sonst hieß, abgab, suchte der Fürst, der zunehmend in die Lage eines Dilettanten geriet, dem unvermeidlich wachsenden Gewicht der Fachschulung der Beamten sich zu entziehen und die oberste Leitung in der Hand zu behalten. Dieser latente Kampf zwischen dem Fachbeamtentum und der Selbstherrschaft bestand überall. Erst gegenüber den Parlamenten und den Machtaspirationen ihrer Parteiführer änderte sich die Lage. Sehr verschieden gelagerte Bedingungen führten doch zu dem äußerlich gleichen Ergebnis. Freilich mit gewissen Unterschieden. Wo immer die Dynastien reale Macht in der Hand behielten, wie namentlich in Deutschland, waren nun die Interessen des Fürsten mit denen des Beamtentums solidarisch verknüpft gegen das Parlament und seine Machtansprüche. Die Beamten hatten das Interesse daran, dass auch die leitenden Stellen, also die Ministerposten aus ihren Reihen besetzt, also Gegenstände des Beamtenavancements wurden. Der Monarch seinerseits hatte das Interesse daran, die Minister nach seinem Ermessen auch aus den Reihen der ihm ergebenen Beamten ernennen zu können. Beide Teile aber waren daran interessiert, dass die politische Leitung dem Parlament einheitlich und geschlossen gegenüber trat. Also, das Kollegialsystem durch einen einheitlichen Kabinettschef ersetzt wurde. Der Monarch bedurfte überdies, schon um den Parteikampf und den Parteiangriffen rein formell enthoben zu bleiben, einen entdeckenden Verantwortlichen, das heißt dem Parlament redestehenden und ihm entgegentretenden, mit den Parteien verhandelnden Einzelpersönlichkeit. Alle diese Interessen wirkten hier zusammen in der gleichen Richtung. Ein einheitlich führender Beamtenminister entstand. Noch stärker wirkte in der Richtung der Vereinheitlichung die Entwicklung der Parlamentsmacht, da, wo sie, wie in England, die Oberhand gegenüber dem Monarchen gewann. Hier entwickelte sich das Kabinett mit dem einheitlichen Parlamentsführer, dem Leader an der Spitze, als ein Ausschuss der von den offiziellen Gesetzen ignorierten, tatsächlich aber allein politisch entscheidenden Macht, der jeweils im Besitz der Mehrheit befindlichen Partei. Die offiziellen kollegialen Körperschaften waren eben als solche keine Organe der wirklich herrschenden Macht, der Partei, und konnten also nicht Träger der wirklichen Regierung sein. Eine herrschende Partei bedurfte viel mehr, um im Inneren die Gewalt zu behaupten und nach außen große Politik treiben zu können, eines schlagkräftigen, nur aus ihren willkürlich führenden Männern zusammengesetzten, vertraulich verhandelnden Organes, eben des Kabinetts, der Öffentlichkeit, vor allem der parlamentarischen Öffentlichkeit, gegenüber aber eines für alle Entschließungen verantwortlichen Führers, des Kabinettschefs. Dies englische System ist dann in Gestalt der parlamentarischen Ministerien auf dem Kontinent übernommen worden, und nur in Amerika von den von da aus beeinflussten Demokratien wurde ihm ein ganz heterogenes System gegenübergestellt, welches den erkorenen Führer der siegenden Partei durch direkte Volkswahl an die Spitze des von ihm ernannten Beamtenapparates stellte und ihn nur in Budget und Gesetzgebung an die Zustimmung des Parlaments band. Die Entwicklung der Politik zu einem Betrieb, der eine Schulung im Kampf um die Macht und in dessen Methoden erforderte, so wie sie das moderne Parteiwesen entwickelte, bedingte nun die Scheidung der öffentlichen Funktionäre in zwei, allerdings keineswegs schroff, aber doch deutlich geschiedene Kategorien. Fachbeamte einerseits, politische Beamte andererseits. Die im eigentlichen Wortsinn politischen Beamten sind äußerlich in der Regel daran kenntlich, dass sie jederzeit beliebig versetzt und entlassen oder doch zur Disposition gestellt werden können, wie die französischen Präfekten und die ihnen gleichartigen Beamten anderer Länder. Im schroffsten Gegensatz gegen die Unabhängigkeit der Beamten mit richterlicher Funktion. In England gehören jene Beamten dazu, die nach fester Konvention bei einem Wechsel der Parlamentsmehrheit und also des Kabinetts aus den Ämtern scheiden. Besonders diejenigen pflegen dahin zu rechnen, deren Kompetenz die Besorgung der allgemeinen inneren Verwaltung umfasst. Und der politische Bestandteil daran ist vor allem die Aufgabe der Erhaltung der Ordnung im Lande, also der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. In Preußen hatten diese Beamten nach dem Puttkammerschen Erlass 1882 bei Vermeidung der Maßregelung die Pflicht, die Politik der Regierung zu vertreten und wurden ebenso wie in Frankreich die Präfekten als amtlicher Apparat zur Beeinflussung der Wahlen benutzt. Die meisten politischen Beamten teilten zwar nach deutschem System im Gegensatz zu anderen Ländern die Qualität aller anderen insofern, als die Erlangung auch dieser Ämter an akademisches Studium, Fachprüfungen und einen bestimmten Vorbereitungsdienst gebunden war. Dieses spezifische Merkmal des modernen Fachbeamtentums fehlt bei uns nur den Chefs des politischen Apparates, den Ministern. Preußischer Kultusminister konnte man schon unter dem alten Regime sein, ohne selbst jemals eine höhere Unterrichtsanstalt besucht zu haben, während man vortragender Rat grundsätzlich nur aufgrund der vorgeschriebenen Prüfungen werden konnte. Der fachgeschulte Dezernent und vortragender Rat war selbstverständlich, zum Beispiel unter Althoff im preußischen Unterrichtsministerium unendlich viel informierter über die eigentlichen technischen Probleme des Faches als sein Chef. In England stand es damit nicht anders. Er war infolgedessen auch für alle Alltagsbedürfnisse der Mächtigere. Das war auch nichts an sich Widersinniges. Der Minister war eben der Repräsentant der politischen Machtkonstellation, hatte deren politische Maßstäbe zu vertreten und an die Vorschläge seiner ihm unterstellten Fachbeamten anzulegen oder ihnen die entsprechenden Direktiven politischer Art zu geben. Ganz ähnlich steht es ja in einem privaten Wirtschaftsbetrieb. Der eigentliche Souverän, die Aktionärversammlung, ist in der Betriebsführung ebenso einflusslos wie ein von Fachbeamten regiertes Volk. Und die für die Politik des Betriebes ausschlaggebenden Persönlichkeiten, der von Banken beherrschte Aufsichtsrat, geben nur die wirtschaftlichen Direktiven und lesen die Persönlichkeiten für die Verwaltung aus, ohne aber selbst imstande zu sein, den Betrieb technisch zu leiten. Insofern bedeutet auch die jetzige Struktur des Revolutionsstaates, welcher absoluten Dilettanten Kraft ihrer Verfügung über die Maschinengewehre, die Macht über die Verwaltung in die Hand gibt und die fachgeschulten Beamten nur als ausführende Köpfe und Hände benutzen möchte, keine grundsätzliche Neuerung. Die Schwierigkeiten dieses jetzigen Systems liegen anderswo als darin, sollen uns aber heute nichts angehen. Wir fragen vielmehr nun nach der typischen Eigenart der Berufspolitiker, sowohl der Führer wie ihrer Gefolgschaft. Sie hat gewechselt und ist auch heute sehr verschieden. Berufspolitiker haben sich in der Vergangenheit, wie wir sahen, im Kampf der Fürsten mit den Ständen entwickelt, im Dienst der Ersteren. Sehen wir uns ihre Haupttypen kurz an. Gegen die Stände stützte sich der Fürst auf politisch verwertbare Schichten nichtständischen Charakters. Dahin gehörten in Vorder- und Hinterindien, im buddhistischen China und Japan und in der lamajestischen Mongolei ganz ebenso wie in den christlichen Gebieten des Mittelalters zunächst die Kleriker. Technisch deshalb, weil sie schriftkundig waren. Überall ist der Import von Brahmanen, buddhistischen Priestern, Lamas und die Verwendung von Bischöfen und Priestern als politische Berater unter dem Gesichtspunkt erfolgt, schreibkundige Verwaltungskräfte zu bekommen, die im Kampf des Kaisers oder Fürsten oder Khans gegen die Aristokratie verwertet werden konnten. Der Kleriker, zumal der zölibatäre Kleriker, stand außerhalb des Getriebes der normalen politischen und ökonomischen Interessen und kam nicht in Versuchung, für seine Nachfahren eigene politische Macht gegenüber seinem Herrn zu erstreben, wie es der Lehnsmann tat. Er war von den Betriebsmitteln der fürstlichen Verwaltung durch seine eigenen ständischen Qualitäten getrennt. Eine zweite derartige Schicht waren die humanistisch gebildeten Literaten. Es gab eine Zeit, wo man lateinischer Reden und griechische Verse machen lernte, zu dem Zweck politischer Berater und vor allen Dingen politischer Denkschriftenverfasser eines Fürsten zu werden. Das war die Zeit der ersten Blüte der Humanistenschulen und der fürstlichen Stiftungen von Professuren der Poetik. Bei uns eine schnell vorübergehende Epoche, die immerhin auf unser Schulwesen nachhaltig eingewirkt hat, politisch freilich keine tieferen Folgen hatte. Anders in Ostasien. Der chinesische Mandarin ist oder vielmehr war ursprünglich annähernd das, was der Humanist unserer Renaissance-Zeit war. Ein humanistisch an den Sprachdenkmälern der fernen Vergangenheit geschulter und geprüfter Literat. Wenn Sie die Tagebücher des Li Hong Chang lesen, finden Sie, dass noch er am meisten stolz darauf ist, dass er Gedichte machte und ein guter Kalligraf war. Diese Schicht mit ihren an der chinesischen Antike entwickelten Konventionen hat das ganze Schicksal Chinas bestimmt. Und ähnlich wäre vielleicht unser Schicksal gewesen, wenn die Humanisten seinerzeit die geringste Chance gehabt hätten, mit gleichem Erfolge sich durchzusetzen. Die dritte Schicht war der Hofadel. Nachdem es den Fürsten gelungen war, den Adel in seiner ständischen politischen Macht zu enteignen, zogen sie ihn an den Hof und verwendeten ihn im politischen und diplomatischen Dienst. Der Umschwung unseres Erziehungswesens im 17. Jahrhundert war mit dadurch bedingt, dass anstelle der humanistischen Literaten hofadelige Berufspolitiker in den Dienst der Fürsten traten. Die vierte Kategorie war ein spezifisch englisches Gebilde, ein den Kleinadel und das städtische Rentnertum umfassende Patriziat, technisch Gentry genannt. Eine Schicht, die ursprünglich der Fürst gegen die Barone heranzog und in den Besitz der Ämter des Self-Government setzte, um später zunehmend von ihr abhängig zu werden. Sie hielt sich im Besitz der sämtlichen Ämter der lokalen Verwaltung, indem sie dieselben gratis übernahm im Interesse ihrer eigenen sozialen Macht. Sie hat England vor der Bürokratisierung bewahrt, die das Schicksal sämtlicher Kontinentalstaaten war. Eine fünfte Schicht war dem Okzident, vor allem auf dem europäischen Kontinent eigentümlich und war für dessen ganze politische Struktur von ausschlaggebender Bedeutung. Die universitätsgeschulten Juristen. Die gewaltige Nachwirkung des römischen Rechts, wie es der bürokratische spätrömische Staat umgebildet hatte, tritt in nichts deutlicher hervor als darin, dass überall die Revolutionierung des politischen Betriebs im Sinne der Entwicklung zum rationalen Staat von geschulten Juristen getragen wurde. Auch in England, obwohl dort die großen nationalen Juristen zünfte, die Rezeption des römischen Rechts hinderten. Man findet in keinem Gebiet der Erde dazu irgendeine Analogie. Alle Ansätze rationalen juristischen Denkens in der indischen Mimamsa-Schule und alle Weiterpflege des antiken juristischen Denkens im Islam haben die Überwucherung des rationalen Rechtsdenkens durch theologische Denkformen nicht hindern können. Vor allem wurde das Prozessverfahren nicht voll rationalisiert. Das hat nur die Übernahme der antikrömischen Jurisprundenz, des Produkts eines aus dem Stadtstaat zur Weltherrschaft aufsteigenden politischen Gebildes ganz einzigartigen Charakters, durch die italienischen Juristen zuwege gebracht. Der Usus Modernus der spätmittelalterlichen Pandengtisten und Kantonisten und die aus juristischem und christlichem Denken geborenen und später säkularisierten Naturrechtstheorien. Im italienischen Podestat in den französischen Königsjuristen, welche die formellen Mittel zur Untergrabung der Herrschaft der Seniors durch die Königsmacht schufen, in den kanonisten und naturrechtlich denkenden Theologen des Konziliarismus, in den Hofjuristen und gelehrten Richtern der kontinentalen Fürsten, in den niederländischen Naturrechtslehrern und den Monarchomachen, in den englischen Kron- und Parlamentsjuristen, in der Noblesse de Robe der französischen Parlamente, endlich in den Advokaten der Revolutionszeit, hat dieser juristische Rationalismus seine großen Repräsentanten gehabt. Ohne ihn ist das Entstehen des absoluten Staates so wenig denkbar wie die Revolution. Wenn Sie die Remonstrationen der französischen Parlamente oder die Cahiers der französischen Generalstände seit dem 16. Jahrhundert bis in das Jahr 1789 durchsehen, finden Sie überall Juristengeist. Und wenn Sie die Berufszugehörigkeit der Mitglieder des französischen Konvents durchmustern, so finden Sie da, obwohl er nach gleichem Wahlrecht gewählt war, einen einzigen Proletarier, sehr wenige bürgerliche Unternehmer, dagegen massenhaft Juristen aller Art, ohne die der spezifische Geist der diese radikalen Intellektuellen und ihre Entwürfe beseelte, ganz undenkbar wäre. Der moderne Advokat und die moderne Demokratie gehören seitdem schlechthin zusammen. Und Advokaten in unserem Sinn als ein selbstständiger Stand existieren wiederum nur im Oktzident seit dem Mittelalter, wo sie aus dem Fürsprech des formalistischen germanischen Prozessverfahrens unter dem Einfluss der Rationalisierung des Prozesses sich entwickelten. Die Bedeutung der Advokaten in der oktzidentalen Politik seit dem Aufkommen der Parteien ist nichts Zufälliges. Der politische Betrieb durch Parteien bedeutet eben Interessentenbetrieb. Wir werden bald sehen, was das besagen will. Und eine Sache für Interessenten wirkungsvoll zu führen, ist das Handwerk des geschulten Advokaten. Er ist darin, das hat uns die Überlegenheit der feindlichen Propaganda lehren können, jedem Beamten überlegen. Gewiss kann er eine durch logisch schwache Argumente gestützte, in diesem Sinn schlechte Sache dennoch siegreich, also technisch gut führen. Aber nur er führt eine durch logisch starke Argumente zu stützende, in diesem Sinn gute Sache siegreich, also in diesem Sinn gut. Der Beamte als Politiker macht nur allzu oft durch technisch schlechte Führung eine in jedem Sinn gute Sache zur schlechten. Das haben wir erleben müssen. Denn die heutige Politik wird nun einmal in hervorragender Maße in der Öffentlichkeit mit den Mitteln des gesprochenen oder geschriebenen Wortes geführt. Dessen Wirkung abzuwägen liegt im eigentlichsten Aufgabenkreis des Advokaten, gar nicht aber des Fachbeamten, der kein Demagoge ist und seinem Zweck nach sein soll und wenn er es doch zu werden unternimmt, ein sehr schlechter Demagoge zu werden pflegt. Der echte Beamte, das ist für die Beurteilung unseres früheren Regimes entscheidend, soll seinem eigentlichen Beruf nach nicht Politik treiben, sondern verwalten, unparteiisch vor allem. Auch für die sogenannten politischen Verwaltungsbeamten gilt das, offiziell wenigstens, soweit nicht die Staatsräson, das heißt die Lebensinteressen der herrschenden Ordnung, in Frage stehen. Sine Ira et Studio. Ohne Zorn und Eingenommenheit soll er seines Amtes walten. Er soll also gerade das nicht tun, was der Politiker, der Führer sowohl wie seine Gefolgschaft, immer und notwendig tun muss. Kämpfen. Denn Parteiname, Kampf, Leidenschaft, Ira et Studium sind das Element des Politikers. Und vor allem des politischen Führers. Dessen Handeln steht unter einem ganz anderen, gerade entgegengesetzten Prinzip der Verantwortung, als die des Beamten ist. Ehre des Beamten ist die Fähigkeit, wenn trotz seiner Vorstellungen die ihm vorgesetzte Behörde auf einem ihm falsch erscheinenden Befehl beharrt, ihn auf Verantwortung des Befehlenden gewissenhaft und genauso auszuführen, als ob er seiner eigenen Überzeugung entspräche. Ohne diese im höchsten Sinn sittliche Disziplin und Selbstverleugnung zerfiele der ganze Apparat. Ehre des politischen Führers also, des leitenden Staatsmannes, ist dagegen gerade die ausschließliche Eigenverantwortung für das, was er tut, die er nicht ablehnen oder abwälzen kann und darf. Gerade sittlich hochstehende Beamtennaturen sind schlechte, vor allem im politischen Begriff des Wortes Verantwortungslose und in diesem Sinn sittlich tiefstehende Politiker, solche wie wir sie leider in leitenden Stellungen immer wieder gehabt haben. Das ist es, was wir Beamtenherrschaft nennen, und es fällt wahrlich kein Flecken auf die Ehre unseres Beamtentums, wenn wir das politisch, vom Standpunkt des Erfolges ausgewertet, falsche dieses Systems bloßlegen. Aber kehren wir noch einmal zu den Typen der politischen Figuren zurück. Der Demagoge ist seit dem Verfassungsstaat und vollends seit der Demokratie des Typus des führenden Politikers im Okzident. Der unangenehme Beigeschmack des Wortes darf nicht vergessen lassen, dass nicht Kleon, sondern Perikles der Erste war, der diesen Namen trug. Amtlos oder mit dem, im Gegensatz zu den durchs Los besetzten Ämtern der antiken Demokratie, einzigen Wahlamt, dem des Oberstrategen betraut, leitete er die souveräne Ekklesia des Demos von Athen. Die moderne Demagogie bedient sich zwar auch der Rede, in quantitativ ungeheuerlichem Umfang sogar, wenn man die Wahlreden bedenkt, die ein moderner Kandidat zu halten hat, aber noch nachhaltiger doch des gedruckten Wortes. Der politische Publizist und vor allem der Journalist ist der wichtigste heutige Repräsentant der Gattung. Die Soziologie der modernen politischen Journalistik auch nur zu skizzieren, wäre im Rahmen dieses Vortrags ganz unmöglich und ist in jeder Hinsicht ein Kapitel für sich. Nur weniges gehört unbedingt hierher. Der Journalist teilt mit allen Demagogen und übrigens wenigstens auf dem Kontinent und im Gegensatz zu den englischen und übrigens auch zu den früheren preußischen Zuständen, auch mit dem Advokaten und dem Künstler das Schicksal der festen sozialen Klassifikation zu entbehren. Er gehört zu einer Art von Pariakaste, die in der Gesellschaft stets nach ihren ethisch tiefstehenden Repräsentanten sozial eingeschätzt wird. Die seltsamsten Vorstellungen über die Journalisten und ihre Arbeit sind daher landläufig. Dass eine wirklich gute journalistische Leistung mindestens so viel Geist beansprucht wie irgendeine Gelehrtenleistung, vor allem infolge der Notwendigkeit, sofort auf Kommando hervorgebracht zu werden und sofort wirken zu sollen, bei freilich ganz anderen Bedingungen der Schöpfung, ist nicht jedermann gegenwärtig. Dass die Verantwortung eine weit größere ist und dass auch das Verantwortungsgefühl jedes ehrenhaften Journalisten im Durchschnitt nicht im mindesten tiefer steht als das des Gelehrten, sondern höher wie der Krieg gelehrt hat, wird fast nie gewürdigt, weil naturgemäß gerade die verantwortungslosen journalistischen Leistungen ihrer oft furchtbaren Wirkung wegen im Gedächtnis haften. Dass vollends die Diskretion der irgendwie tüchtigen Journalisten durchschnittlich höher steht als die anderer Leute, glaubt niemand. Und doch ist es so. Die ganz unvergleichlich viel schwereren Versuchungen, die dieser Beruf mit sich bringt, und die sonstigen Bedingungen journalistischen Wirkens in der Gegenwart, erzeugen jene Folgen, welche das Publikum gewöhnt haben, die Presse mit einer Mischung von Verachtung und jämmerlicher Feigheit zu betrachten. Über das, was da zu tun ist, kann heute nicht gesprochen werden. Uns interessiert hier die Frage nach dem politischen Berufsschicksal der Journalisten, ihrer Chance, in politische Führerstellungen zu gelangen. Sie war bisher nur in der sozialdemokratischen Partei günstig. Aber innerhalb ihrer hatten Redakteurstellen weit überwiegend den Charakter einer Beamtenstellung, nicht aber waren sie die Grundlage einer Führerposition. In den bürgerlichen Parteien hatte sich, im Ganzen genommen, gegenüber der vorigen Generation, die Chance des Aufstiegs zur politischen Macht auf diesem Wege eher verschlechtert. Presseeinfluss und also Pressebeziehungen benötigte natürlich jeder Politiker von Bedeutung. Aber dass Parteiführer aus den Reihen der Presse hervorgingen war, man sollte es nicht erwarten, durchaus die Ausnahme. Der Grund liegt in der stark gestiegenen Unabkömmlichkeit des Journalisten, vor allem des vermögenslosen und also berufsgebundenen Journalisten, welche durch die ungeheure Steigerung der Intensität und Aktualität des journalistischen Betriebes bedingt ist. Die Notwendigkeit des Erwerbs durch tägliches oder doch wöchentliches Schreiben von Artikeln hängt Politikern wie ein Klotz am Bein. Und ich kenne Beispiele, wo Führernaturen dadurch geradezu dauernd im Machtaufstieg äußerlich und vor allem innerlich gelähmt worden sind. Dass die Beziehungen der Presse zu den herrschenden Gewalten im Staat und in den Parteien unter dem alten Regime dem Niveau des Journalismus so abträglich wie möglich waren, ist ein Kapitel für sich. Diese Verhältnisse lagen in den gegnerischen Ländern anders. Aber auch dort und für alle modernen Staaten galt, scheint es der Satz, dass der journalistische Arbeiter immer weniger, der kapitalistische Pressemagnat, nach Art etwa des Lord Northcliffe, immer mehr politischen Einfluss gewinnt. Bei uns waren allerdings bisher die großen kapitalistischen Zeitungskonzerne, welche sich vor allem der Blätter mit kleinen Anzeigen der Generalanzeiger bemächtigt hatten, in aller Regel die typischen Züchter politischer Indifferenz. Denn an selbstständiger Politik war nichts zu verdienen, vor allem nicht das geschäftlich nützliche Wohlwollen der politisch herrschenden Gewalten. Das Inseratengeschäft ist auch der Weg, auf dem man während des Krieges den Versuch einer politischen Beeinflussung der Presse im großen Stil gemacht hat und jetzt, wie es scheint, fortsetzen will. Wenn auch zu erwarten ist, dass die große Presse sich dem entziehen wird, so ist die Lage für die kleinen Blätter doch weit schwieriger. Jedenfalls aber ist bei uns zurzeit die journalistische Laufbahn, so viel Reiz sie im Übrigen haben und welches Maß von Einfluss und Wirkungsmöglichkeit, vor allem von politischer Verantwortung sie einbringen mag, nicht, man muss vielleicht abwarten, ob nicht mehr oder noch nicht, ein normaler Weg des Aufstiegs politischer Führer. Ob die von manchen, nicht allen Journalisten für richtig gehaltene Aufgabe des Anonymitätsprinzips daran etwas ändern würde, lässt sich schwer sagen. Was wir in der deutschen Presse während des Krieges an Leitung von Zeitungen durch besonders angeworbene schriftstellerisch begabte Persönlichkeiten, die dabei stets ausdrücklich unter ihrem Namen auftraten, erlebten, hat in einigen bekannteren Fällen leider gezeigt, dass ein erhöhtes Verantwortungsgefühl auf diesem Wege nicht so sicher gezüchtet wird, wie man glauben könnte. Es waren ohne Parteiunterschied zum Teil gerade die notorisch übelsten Boulevardblätter, die damit einen erhöhten Absatz erstrebten und auch erreichten. Vermögen haben die betreffenden Herren, die Verleger wie auch die Sensationsjournalisten gewonnen. Ehre gewiss nicht. Damit soll nun gegen das Prinzip nichts gesagt sein. Die Frage liegt sehr verwickelt und jene Erscheinung gilt auch nicht allgemein. Aber es ist bisher nicht der Weg zu echtem Führertum oder verantwortlichem Betrieb der Politik gewesen. Wie sich die Verhältnisse weitergestalten werden, bleibt abzuwarten. Unter allen Umständen bleibt aber die journalistische Laufbahn einer der wichtigsten Wege der berufsmäßigen politischen Tätigkeit. Ein Weg nicht für jedermann. Am wenigsten für schwache Charaktere, insbesondere für Menschen, die nur in einer gesicherten, ständischen Lage ihr inneres Gleichgewicht behaupten können. Wenn schon das Leben des jungen Gelehrten auf Hazard gestellt ist, so sind doch feste ständische Konventionen um ihn gebaut und hüten ihn vor Entgleisung. Das Leben des Journalisten aber ist in jeder Hinsicht Hazard schlechthin. Und zwar unter Bedingungen, welche die innere Sicherheit in einer Art auf die Probe stellen, wie wohl kaum eine andere Situation. Die oft bitteren Erfahrungen im Berufsleben sind vielleicht nicht einmal das Schlimmste. Gerade an den erfolgreichen Journalisten werden besonders schwierige innere Anforderungen gestellt. Es ist durchaus keine Kleinigkeit, in den Salons der Mächtigen der Erde auf scheinbar gleichem Fuß und oft allgemein umschmeichelt, weil gefürchtet, zu verkehren und dabei zu wissen, dass wenn man kaum aus der Tür ist, der Haushör sich vielleicht wegen seines Verkehrs mit den Pressebängeln bei seinen Gästen besonders rechtfertigen muss. Wie es erst recht keine Kleinigkeit ist, über alles und jedes, was der Markt gerade verlangt, über alle denkbaren Probleme des Lebens, sich prompt und dabei überzeugend äußern zu sollen, ohne nicht nur der absoluten Verflachung, sondern vor allem der Würdelosigkeit der Selbstentblößung und ihren unerbittlichen Folgen zu verfallen. Nicht das ist erstaunlich, dass es viele menschlich entgleiste oder entwertete Journalisten gibt, sondern dass trotz allem gerade diese Schicht eine so große Zahl wertvoller und ganz echter Menschen in sich schließt, wie Außenstehende es nicht leicht vermuten. Wenn der Journalist als Typus des Berufspolitikers auf eine immerhin schon erhebliche Vergangenheit zurückblickt, so ist die Figur des Parteibeamten eine solche, die erst der Entwicklung der letzten Jahrzehnte und teilweise Jahre angehört. Wir müssen uns einer Betrachtung des Parteiwesens und der Parteiorganisation zuwenden, um diese Figur in ihrer entwicklungsgeschichtlichen Stellung zu begreifen. In allen irgendwie umfangreichen, d.h. über den Bereich und Aufgabenkreis kleiner, ländlicher Kantone hinausgehenden politischen Verbänden mit periodischen Wahlen der Gewalthaber, ist der politische Betrieb notwendig. Interessentenbetrieb. D.h. eine relativ kleine Zahl primär am politischen Leben, also an der Teilnahme an der politischen Macht Interessierter, schaffen sich Gefolgschaft durch freie Werbung, präsentieren sich oder ihre Schutzbefohlenen als Wahlkandidaten, sammeln die Geldmittel und gehen auf den Stimmenfang. Es ist unerfindlich, wie in großen Verbänden Wahlen ohne diesen Betrieb überhaupt sachgemäß zustande kommen sollten. Praktisch bedeutet er die Spaltung der wahlberechtigten Staatsbürger in politisch aktive und politisch passive Elemente, und da dieser Unterschied auf Freiwilligkeit beruht, so kann er durch keinerlei Maßregeln wie Wahlpflicht oder berufsständische Vertretung oder dergleichen ausdrücklich oder tatsächlich gegen diesen Tatbestand und damit gegen die Herrschaft der Berufspolitiker gerichtete Vorschläge beseitigt werden. Führerschaft und Gefolgschaft als aktive Elemente freier Werbung Der Gefolgschaft sowohl wie durch diese der passiven Wählerschaft für die Wahl des Führers sind notwendige Lebenselemente jeder Partei. Der Gefolgschaft und Gefolgschaft und Gefolgschaft